Das Flaggschiff früher geht in die nächste Runde und ihr habt es euch sicher schon gedacht, diese Woche ging der Testbericht des OnePlus 7 Pro auf diesem Kanal online. Der Gewinner des letzten Vergleichs war das Huawei P30 Pro und aus diesem Grund werden diese beiden Modelle heute gegeneinander antreten und ich kann euch jetzt schon mal verraten, dass das einer der spannendsten Vergleiche vielleicht sogar von diesem Jahr sein wird. Ich habe mir das schon Ende letzten Jahres gedacht, dass entweder das Galaxy S10 und das P30 Pro oder vielleicht auch das OnePlus 7 Pro mit die besten Modelle im Frühjahr sein könnten und das hat sich jetzt auch herauskristallisiert. Aus diesem Grund möchte ich nicht weiter herumreden, sondern wir legen direkt mit dem Vergleich der beiden Flaggschiffe los. Wir kommen direkt zur ersten Kategorie und das ist das Design, die Verarbeitung und die Haptik von den Smartphones. Das Design gefällt mir bei beiden sehr gut, ist auch relativ ähnlich, da tut sich jetzt in der heutigen Zeit nicht mehr viel. Beide besitzen auf der Vorder- und Rückseite dieses gebogene Glas, auch ein gebogenes Display und so weiter. Die nehmen sich hier nicht viel. Das OnePlus ist minimal schwerer als das P30 Pro. Diesen Unterschied spürt man dann ehrlich gesagt auch nicht wirklich im Alltag. Beide haben einen Aluminiumrahmen, Glas auf der Front und Rückseite, haben Farben, die sehr auffällig sind, die schön sind und aus diesem Grund habe ich hier keinen klaren Gewinner und habe mich dazu entschieden, dass beide Modelle hier einen Punkt von mir bekommen. Weiter geht es mit dem Display und hier muss ich direkt dazu sagen, wenn man das so im Alltag benutzt und vergleicht, sind die Unterschiede gar nicht so groß. Aber wir sind auch ehrlich gesagt auf einem Niveau angekommen, wo wirklich Details entscheiden. Und diese Details musste ich mir bei diesen Modellen tatsächlich anschauen. Und dazu gehört unter anderem, dass OnePlus eine QHD-Plus-Auflösung verbaut, sprich, dass diese höher auflöst. Wer mich kennt, der weiß, mir reicht eigentlich Full-HD aus, aber das ist nun mal ein Pluspunkt für OnePlus. Ich finde allgemein die Qualität der Farbdarstellung, der Pixel und der Schärfe von diesem Display nochmal ein kleines bisschen besser. Und es kommt natürlich hinzu, dass es mit eines der ersten Displays mit 90 Hertz ist. Und diese Kombination, dieses Gesamtpaket haben dann dafür gesorgt, dass ich den Punkt dem OnePlus 7 Pro gegeben habe. Auch wenn der Unterschied, wie gesagt, was Helligkeit und Qualität angeht, nicht enorm ist. Also ihr werdet vermutlich, wenn ihr euch für das ein oder andere Gerät entscheidet, nicht sagen, oh, das ist ein deutlich schlechteres Display. Aber wie gesagt, bei diesem Vergleich kommt es mittlerweile auf Details an. Und bei diesen Details konnte mich OnePlus ein kleines bisschen mehr beim Display überzeugen. Das gleiche trifft auf die Software zu, wobei ich dazu sagen muss, dass bei der Software, wo ich auch die Performance mit bewerte, der Unterschied ziemlich groß und gravierend ist. Ich bin kein großer Freund von der Emotion UI, die Huawei verwendet. Ich bin jetzt auch kein großer Gegner mehr. Ich finde, da hat sich in den letzten Jahren viel getan. Aber wenn ich eine Rangliste erstellen müsste, dann würde diese trotzdem weiterhin irgendwo auf den unteren Plätzen auftauchen. Allerdings muss ich sagen, dass die Software von OnePlus bei mir persönlich auf Platz zwei nach der von Google selbst kommt. Manchmal würde ich sogar sagen, finde ich sie beide gleich schön. Und vor allem, was die Performance angeht, da ist das OnePlus 7 Pro eine so große Länge voraus. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es in der heutigen Zeit mit Flaggschiff-Smartphones dann doch nochmal so einen Unterschied angeht, dass man das so ein bisschen im direkten Vergleich spürt, was den Start von Apps angeht, die Ladezeit und so weiter. Da finde ich, hat das OnePlus so ein bisschen die Nase vorne. Ich bediene es auch einfach lieber im Alltag, finde die Animationen schöner, etwas minimalistischer und nicht so überladen wie das Emotion User Interface. Und aus diesem Grund geht der Punkt für mich ganz eindeutig an das OnePlus 7 Pro. Weiter geht es mit der Kamera. Und ich habe es in meinem Test vom OnePlus 7 Pro ja schon erwähnt. Man hat aufgeholt, man hat eine gute Kamera verbaut. Allerdings fehlt hier so, sage ich mal, wenn man wirklich sich mit der ganz, ganz großen Konkurrenz messen möchte, noch so ein bisschen das Detail, auch die Schärfe. Bei den Nachtaufnahmen ist man nicht so gut wie das P30 Pro, bei einem Zoom ist man nicht so gut wie das P30 Pro. Und diese ganzen Details, also wenn ich jetzt normales Bild bei Tageslicht mache, wo wirklich optimale Bedingungen herrschen, werdet ihr vielleicht gar keinen großen Unterschied sehen. Oder da kommt es natürlich auch darauf an, was eure persönliche Präferenz bei der Farbdarstellung ist. Allerdings muss man sagen, dass eben diese kleinen Extras in der heutigen Zeit entscheidend sind. Das Setup ist gleich, ja, Weitwinkel, Zoom, normal. Allerdings muss man einfach dazu sagen, dass das P30 Pro dann auch mit dieser Time-of-Flight-Kamera, mit den etwas besseren Portraitbildern und Co. ein bisschen die Nase vorne hat, vielleicht sogar ein großes Stück die Nase vorne hat und für mich immer noch mit die beste Kamera bietet. Das OnePlus 7 Pro bietet keine schlechte, das P30 Pro aber eine deutlich bessere Kamera. Den nächsten Punkt können wir relativ schnell abhaken. Beide können extrem schnell geladen werden. Ja, das Huawei mit 10 Watt mehr, was mich aber jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich reizt. Beide haben einen sehr starken Akku mit mindestens 4000 mAh. Beide haben eine wirklich extrem starke Akkulaufzeit. Auch das habe ich ja im Test des OnePlus 7 Pro schon erwähnt, dass es mich an den aktuellen Sieger beim Akku für mich persönlich herankommt. Das ist das P30 Pro und auch das Mate 20 Pro vom letzten Jahr. Und aus diesem Grund sind für mich diese beiden Modelle aktuell mit das Beste im Android-Bereich, was eine extrem starke Akkulaufzeit angeht. Kommen wir zu meiner letzten Kategorie und das ist die Kategorie Sonstiges, in der ich nochmal auf das ein oder andere Feature eingehe, wo ich jetzt keine Hauptkategorie dafür gefunden habe. Dazu muss man sagen, dass zum Beispiel OnePlus 7 Pro, dass OnePlus dem 7 Pro eine Stereo-Lautsprecher spendiert hat, die schon mal ein bisschen besser als der Mono-Lautsprecher im P30 Pro sind. Allerdings war es das dann auch. Das P30 Pro bietet eine IP-Zertifizierung, es bietet Qi für kabelloses Laden, man kann den Speicher erweitern, wenn auch mit einer von Huawei eigenen Speicherkarte. Aber das sind so ein paar kleine Punkte, die für mich persönlich dann doch dafür gesorgt haben, dass das Gesamtpaket beim P30 Pro immer noch eine kleine Ecke besser ist. Wobei ich sagen muss, dass vor allem Qi, also kabelloses Laden, für mich auch schlaggebend war, dass ich diesen Punkt dem P30 Pro gegeben habe. In der Kategorie sonstiges, denn das ist für mich eigentlich kein nettes Extra mehr, sondern ich lade meine Geräte zu 95% kabellos auf. Überall hier im Haus sind Schieplatten verteilt und daher ist für mich persönlich dieses Feature ein Standardfeature in der heutigen Zeit. Vor allem in dieser Kategorie für bei Modellen für über 700 Euro geworden. Aus diesem Grund geht der Punkt an Huawei. Wer bis hier mitgezählt hat, der weiß, es ist ein Gleichstand. Beide Geräte haben sich vier Punkte in meinem Vergleich gesichert und daher komme ich nun zu meinem Fazit, was mir bei diesem Vergleich ehrlich gesagt sehr, sehr schwer fiel. Ich habe mich entschieden. Ich habe natürlich und ich möchte das auch hier an dieser Stelle nochmal ganz, ganz öffentlich erwähnen. Es ist ein subjektiver Vergleich. Das ist kein objektiver Vergleich. Bei einem objektiven Vergleich könnte man vielleicht auch noch den Preis dazu nehmen, aber ich habe heute nochmal nachgeschaut. Das OnePlus 7 Pro kostet 709 Euro und ein Huawei P30 Pro bekommt man schon für 739 Euro und ehrlich gesagt möchte ich 30 Euro jetzt nicht darüber entscheiden lassen, welches Gerät gewinnt. Aus diesem Grund habe ich den Preis an dieser Stelle einfach mal ignoriert, da OnePlus jetzt oben bei den anderen Herstellern angekommen ist. Für mich persönlich ist das jetzt eine rein subjektive Entscheidung. Beide Geräte sind gut verarbeitet, haben gute Displays, gute Kameras etc. Aus diesem Grund habe ich mir überlegt, welche Punkte sind mir persönlich mit am wichtigsten und das sind Display, Kamera und auch so die sonstige grundsätzliche Ausstattung in einem Premium Bereich. Beim Display liegt das OnePlus 7 Pro vorne, allerdings nicht so weit vorne wie die Kamera, das P30 Pro vor der Kamera, das OnePlus 7 Pro liegt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Die Punkte, in denen OnePlus vorne liegt, sind abgesehen von der Software nicht so entscheidend für mich persönlich, als dass ich sagen würde, okay, das lockt mich jetzt zu diesem Modell und aus diesem Grund habe ich mich dazu entschieden, dass das P30 Pro mein persönlicher, rein subjektiver Gewinner bei diesem Vergleich ist, da es die bessere Kamera bietet und das bessere Gesamtpaket mit IP-Zertifizierung, Qi und Co. einfach zu einem gleichen Preis anbietet. Aus diesem Grund möchte ich, dass das P30 Pro für mich persönlich der Gewinner ist. Es ist subjektiv, ihr werdet höchstwahrscheinlich oder vielleicht sogar anderer Meinung sein und das ist okay so. Wie gesagt, das ist eine rein subjektive Reihe, aber lasst mich dazu sagen, so schwierig ist mir die Entscheidung bisher noch nie gefallen und das zeigt doch auch, dass die Flaggschiffe in der heutigen Zeit auf einem sehr, sehr guten Niveau angekommen sind. Falls ihr euch überlegt, eines von diesen beiden Modellen zu kaufen und diese Reihe nicht nur schaut, weil ihr euch damit unterhalten wollt, dann ist es vollkommen egal. Nehmt das Modell, was euch persönlich lieber ist, wo ihr sagt, das, damit bin ich persönlich zufrieden, wenn ihr sagt, ihr möchtet die bessere Software haben, dann entscheidet euch für OnePlus, wenn ihr sagt, ihr wollt die bessere Kamera haben für Huawei. Im Endeffekt werdet ihr mit keinem dieser Modelle meiner Meinung nach einen Fehler machen. Für mich persönlich ist das P30 Pro jetzt im Frühjahr aber das minimal bessere Gesamtpaket und an dieser Stelle bin ich auch schon extrem gespannt, wenn wir dann das Mate 30 Pro gegen das OnePlus 7T Pro antreten lassen, werde ich vermute, beide Modelle werden im Herbst kommen und dann könnte dieser Vergleich, wenn OnePlus vielleicht noch bei den letzten Features aufholt, wirklich extrem spannend werden. So spannend war es für mich persönlich noch nicht. Das P30 Pro bleibt aber auch bei diesem Vergleich mein persönlicher Gewinner. Ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video.